ja hallo schön dass ihr wieder vorbeischaut heute geht es mal hier um den kaltstart eines mercedes kombi bauer 2003 steht hier schon eine ganze zeit lang außentemperatur heute hier circa 6 grad minus das geht zumindest schon mal ok noch mal minus 2 grad tagt an hier versuche es einfach mal so auch noch vorglühen lassen da wollen wir mal schauen mal gucken wie der motor aussieht ok jetzt geht er der drehzahl runter na was kommt jetzt hört es jetzt aber nicht ganz gesund an aber zu der schwarmer neben luft hier 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 hier